Und herzlich willkommen zurück bei E-Times, hier heute in einer weiteren Folge MindShopTogether. Ja, da können wir ja gleich mal so langsam arbeiten. Aufnahme stürmen! Was? Nein! Hör auf, komm, stopp, stopp. Ja, heute mal mit dem Yamcha. So, sollte man eben einen Bildschirm ausmachen, wie sich das anhört. Und ich habe hier einen automatischen Kabelzone-Generator gebaut. Die Schaltung habe ich ja aber in einer anderen Folge schon gezeigt. Den können wir jetzt erstmal anmachen. So. Hä? Davi, Basti? Wo kommt der denn her? Ja! Warum ist sie in meinem Keller? Wir haben nicht doch gar nicht eingeladen. Wo kommt der her? Ich bin keine Gäste, ich bin keine Gäste, ich bin keine Gäste, ich hab mich hier rein! Ich hab dich doch gebarrt. Wie so ist es? Nicht wunderbar, warum er drei Tore hat und nicht wunderbar, warum er drei Tore hat. Wir haben raten, bis hin gefällt, weil er seine Tasten kommen, die vergessen hat. Ja, und er ist dann aber gestorben. Und ich bin nicht, die haben gebettelt, deswegen haben wir fünf Tode, aber das müsste die eigentlich schon Witzen. Witzen, ja, mein Deutsch. Ich müsste eigentlich so noch einen Tod immer noch haben, also müssen zwei Tote weggemacht werden. Und ich geh schon mal in die nächste Auer. Und so, tritt er jetzt auch klar. Nein, ich sterbe im Gegensatz zu dir. Ich zeigte mich, nein, nein, nein. Ich hab dich noch nicht mal, alter Glücksgrad so hart. Und setzt bitte die Difficulty auf eins. Die sind nicht auf null. Ja, das war ich. Weil ich kann, äh, Creeperspammer hatte. Creepers ist scheiße. Schnell, meine Miene, meine Miene. Das kann die Miene, außerhalb. Ey, voll tippeln. Tippeln, scheiße. Was ist mit dir scheiße? Ach ja, der Lehmach so, ja, stimmt. Ey, der Tippeln, ey. Hörst du mal auf zum tippeln. Ich hab wieder den Bug. Alter. Dann reloaden noch mal. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. So, ich fand es eben zu Ende, das ist ein geiler Bug, der Backgefellten eigentlich. Du stirbst aber danach, dass der ist, wo ich meine, dass das der ist, dann stirbst du deswegen. Nein, deswegen bin ich nicht gestorben. Das ist, äh, mein Essen ist, das Relais einfach wieder voll. Alter, die Züge, guck dir mal meine Miene an. Ja, nachher, ich hab die doch schon gesehen. Keiner will die sehen. Doch. Die Züge vielleicht nicht. Ja, die sind gut. Alter, ich hab den Backgrad aber auch, warte ich. Alter, ist das ein geiler Server. Das lässt auch bisschen. Hast du den Back auch, du musst, das ist so richtig scheiße. Das nennt man Fail heute Tage. Genauso wie die Fail-Folge. Boah. Ich hab grad gar nicht mit den Fingern geknackt. Weil, der Back ist ein bisschen, aber trotzdem. Wenn man den Peter jointt, ist es am Anfang drei Sekunden. Das ist richtig dumm. Ja, ich weiß, dann hab ich für die Zeit eine FPS. Alter, ich hab's jetzt schon mal gemacht. Gaszerständig aus Neterportal, dann hasse ich dich. Dann hasse ich dich. Warum? Ich hab' eine Gas-Screen. Ja. Ich mach' meinen Kapitel der Generator aus. Ich mein, ich hab' meinen Dias. Ja, Dias, wollte ich nachher verzaubern. Was wollte man überhaupt jetzt machen? Genau, ich wollte hier am Dach weiterbauen. Ja. Und dafür bräuchte ich ganz viel Koppelsturm. Freut mich nicht bei mir wieder übelst. Oh. Klüber der Scheiße. Das war nicht auch der Grund, warum ich einen Koppelsturm zum Generator gebaut habe. Jetzt kommt man woher geschüttet. So viele Creeper? Ich bin grad dabei, ne, einer ab Ort, der jetzt packt. Bangen die Erfolge hast und die Moppel gilt? Achso, ich hab' hier schon mal Angst. ÖH! Skelett und Creeper. Jetzt, äh, ist immer schwieriger. Ich hab' da kommt Skelett und Zombie. Ähm, ich überleg' grad, woraus soll man die Decke bauen? Aus Holz? Vielleicht sogar irgendwie für. Boah. Hm. Naja, ich würd' ich überhau' aus. Ich hab' die Decke, weil irgendjemand hier faul ist. Ja, warte's. Ganz ehrlich, ich oder so. Also, ich bin nicht faul. Ich würd' sowas niemals machen, faul sein. Was ist überhaupt faul? Das faul ist das, was du jeden Tag in der Schule bist. So, das meinst du. Huh. Der Fee klappt nicht. Ich hab' eingegebenes Lech da, wie was, die bringen mir drei Steck Dias. Klappt nicht. Ich weiß. Aber du sollst jetzt wirklich Holz holen. Ich? Was ist das Bildschirm? Ich hab' so sein, wir können gleich ein Wieser, äh, wenn wir ein paar Wiesers, äh, Channel bekommen, können wir Wiesersporn. Okay, aber dafür würd' ich aber was bauen. Ähm. Also, ob sie da an, das klappt nicht, die machen halt sich an kaputt. Nein, Ketzt, du, alter, wie, hast du gestern Minecraft-Mark geguckt, beim Debitra-IP? Ja. Oder vorgestern, man war das? Ich bin mehr dafür, dass wir die Decke mehr für, äh, aus Stoppenholz machen. Also, ich bin dafür, dass der Keller dafür wird, um dich zu foltern. Nee, nicht um mich, um dich. Nee, das klappt halt nicht. Man kann nur dumme Leute foltern. Ja, zum Glück, mich nicht. Hä? Ich hab' dich gefragt... Du bist einer davon, Bianca. Hä? Alter, hör auf, mich zu kicken. Ey, das ist nicht witzig. Doch. Hast du alle beide gekickt? Ja. Ach, boah, du bist jetzt falsch. Das hab' ich gemacht, damit sie euch jetzt aufhört zu streiten. Weil ich bin hier, ich möchte dich nämlich nicht mit Kindern aufnehmen. Du redest die Hälfte, ich sag' jetzt nichts. Ich bin doch selbst keine 18. Ich bin aber schon... Äh, Criper! Du bist aber auch keine 5, find' ich auch nicht. Weil da, wie bin ich, bin ich, ist ja, aber egal. Ja, ich bin auch keine 6 mehr, so wie du. Nein. Ich bin schon ganz groß, ich bin, ich bin, ich bin, sie... Ja, seid ihr eigentlich wirklich? Das sage ich jetzt, wie ich bin, die Aufnahme sind. Ach, okay. Okay. Das sagen wir nach der Aufnahme. Genau, ihr zutzt so Holz. Und ich kann in der Zeit mal Fragen beantworten, die ihr mir auf Twitter und im Hashtag frag-ethisch stellen konnte. Äh, ich hab' keine gesteckt. Ich tu' jetzt mal lös, ich weiß, ich lüge jetzt halt, ich bin so alt. Gelügt. Wir wissen alle, dass ein alter Kumpel ist. Dein deutsches Perfekt. Dankeschön. Gelügt er. Das ist ein Vater auf jeden Fall. Er hat... Na gut, ich lüge jetzt wirklich, ne, ich bin so alt. Also die Frage, wie alt bin ich? Ich bin viel. Ich bin grad hier am Gastgeber. Ich weiß, wie alt ist, aber ich jetzt nicht sagen. Alter, vor euch sind vier Creeper, äh, gegen die Bühne sei Kempten. Das mit den Creepern ist nicht schlimm. Kämpf mal gegen Garst im Neto ohne Bogen. Alter, wie viel Creeper sind hier? Ja, ich mach' ihn. Ich mach' ihn. Das hat Marco auch mal. Irgendeiner hekt sich in die Konsole rein. Ja, ich treff' den nicht. Ich bin aber der Einzige, der grad in der Konsole drin ist, gleichzeitig. Und kann man zwar leider jetzt in der Aufnahme nicht sehen, aber... Ich kann ja auch mal nachgucken, wer grad drin ist. Kannst du mir was zum Futtern geben, LT? Ja, warte. Ich, äh, aus dem Keller. Geh ne Kiste. Ja, ich muss selbst erst Essen holen. Ich hab' Essen, aber ich bin grad im Fall des Todes. Hast du's nicht hier reingetan? Ah! Doch, in der Essenskiste. Und, äh... Nein, hier ist auch einer beim Braten. Nein, 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 nein. Hier, komm mal her. Der andere, Dabi, was? Ich hab' jetzt essen. Hier. Hast du bist dumm? Alter, was? Ich hab' jetzt. 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 Punkt.de. Ich hab' jetzt. Dies muss man an einem Rechner. Lauf, Jam. Lauf, Jam. Lauf, Jam, Carlos. Ach. Dabi, Basti. Könnt ich jetzt bitte zu Holz zahlen? Ja, gehen auf der Anschluss. Ich... Nein, wir brauchen Eichenholz, sonst kann ich hier die Decke nicht bauen. Ach, okay. Der Gas hat keine Gas-Screen gedroppt. Hier, warte, komm her, ey, die... Da hast du noch ein bisschen. Dass normal, dass Gas zu scheiße nervig sind? Äh, ja. Äh, holst du denn noch mehr, weil du weißt, dass wir... Erst der Penware, wäre ich dafür. Erst der Penware, wäre ich dafür. Erst der Penware, wäre ich dafür. Ruhig erst gar nicht. Du, 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 ich geh'n. Speichern. Speichern, speichern, speichern. Ach, genau. Ähm, ich wollte dafür, aber ich guck' mal, nachher. Vielleicht mach' ich auch selbst ein Plugin, dass nur die Hälfte vom Server schlafen muss. Oder ich mach' uns hier einen kleinen Modpack drauf. Ein kleines Modpack drauf. Was ich dann selbst gemacht habe. Nein, wo dann nur dieser Mod drin ist. Wenn er war zu dumm, mir Modpack zu installieren, ohne Techniklauncher oder AT-Launcher. Eine Sache, ich kenne mich damit aus. Ich mach' auch Modpack für genau das. Na gut, es gibt zum Glück TeamViewer. Wofür gibt es Geldübertragung? Wofür gibt es Dummheit? Ach so, also du redest von dir. Nee. Ich hab' gedacht, du redest von mir, also. Ach ja. Ich such' grad' ne scheiß Festung. Wenn du eine gefunden hast, sag' Bescheid. Und seid ihr dafür, dass wir vielleicht das Naser nochmal reloaden, damit wir dann in der Folge zusammen reingehen können, oder nicht? Ich bin noch schon drin und kann mir bitte eine Eisenwerkzeuge bringen, weil ich hab' gleich keine Picke mehr. Du kannst auch einfach zurückkommen. Kann ich nicht, weil, jeden so viele Blöcke, ich bin schon richtig weit weg vom Portal. Ja. Ja. Nicht tpa, nur tp. Achso tp. Das sind die nicht auf einem Server mit N und M. TC-Server, da wo ich gebannt bin. Nein. Die Scholz. Nein. Das muss ich sagen. Ah, der Warte, da lass' aber stehen. Ich will grad' ein geben. Da, ich hab' dir mit. Und ich hab' den Bock auf PvP. Und ich brauch' jetzt unbedingt Scholz, das kann ich die Decke nicht weiterbauen. Ich hab' immer mit der Zeit. Kannst du nicht fragen, weil, äh, wir im Hinterbau. Du kannst sie nicht fragen, David gleich direkt hintereinander aufnehmen. Was gibt das für dich? Ich hab' doch euch gefragt. Ja, ich hab' Bock, ich hab' immer Bock. Das auf Komma. Ich wär' aber für mich zu toxieren. Oh, war Creeper im Keller, fuck, fuck, fuck. Ah, kein Problem, die sind einfach. Da, 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 danke David übrigens, ne? So, zerstört. Ich verbrauche eben meine Picke-Ex, weil die nervig ist die Picke. Ja, ich kann dir nachher zeigen, wie du dich in Minecraft umbenennen kannst. Und dein Kind ist fertig, das weißt du. Ja, weil ich kann es nicht anmachen, weil... Nein, du bekommst dann auch noch, warte, ich hole dir mal in den Link, da kannst du dir den angucken. Was? Ja, angucken, was? Ja, tschi, 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 wir sind in der Folge. Ja, ähm, ich hab' gerade so ein richtig geiles Gravel vorkommend gefunden. Du kennst dir sowas, was einfach ein Meter in der Luft fliegt. Ja, kenn ich. Hier, das muss der Linkseite, ich bin mir gerade nicht sicher, ich komm' auch grad nicht auf Bitlieb drauf. Aber gleich schon, dass mal ein Bödel ein. Ach, genau, und ich hab' hier, äh, private Kisten macht. Guck mal, ist verschlossen, ist verschlossen. Ist verschlossen, ist verschlossen und eingeben. Ja, in Ordnung. Was, ich kann dir den noch mal eben schreiben. Ja, in Ordnung. Nee 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 nee, 1,3 Gтовte. Bin, hab' Frage gelegt. Ach so, Sebastian Pabjka, meine, ok. Hier und, ich hab' jetzt hier vielensches Kiste eingemacht. Und ich bin dumm, ich muss das nachher wegmachen, was ich hab' das kann und das Leicht von der Schütteln Kiste. Kannst und meinst geben bitte auf, äh, Skindex hochladen, weil ich kann das anders nicht. ich gebe dem Mediafire Link ich kann es aber nicht selbst das muss man das Kindex ich kann ja auch genauso gut auf Skype den hochladen lad ihn aufs Kindex hoch da kann ich es selbst indem ich es einfach reinziehe aber egal mach es einfach aufs Kindex da kann ich ja ich hab's verstanden ich hab keine Ahnung wie man überhaupt endet aber wenn er ist damit was sie wenn du dir dann also wenn du dich dann mein Kopf auch dann erzählen nennst wenn ich nenne ich halte immer noch darüber stich das weiß ich auch von mir ja eine Frage habt ihr also ich würde es dann so machen ich mache dann das mit meinen ähnlichen Zellung rein okay was denn ich habe in Optifine zum Beispiel Regen beziehungsweise Schnee aus als Alter ließen richtig viel Kriper er ist es nicht mehr als gestorben wenn er ein bisschen gestorben das ich hatte richtig wenige Herzen du hast es gesehen nein habe ich nicht ich sehe dich ich hab dem der Mensch in die Kälte ist nur drin da ich bin ich mir mit seiner das hat weh getan nicht mit mir abziehen ne ich habe es dort so ah nicht kicken oh man ich hab gesagt du schiedst mir in dem Projekt nicht was machst du den ganzen Tag aber hier das mit den Kisten da habe ich auf und die zufass es hat das Offscreen gemacht auf eine Singleplayer-Mappen hat die dann hochgeladen also soll ich still genau und erstens ich habe auch ja weil ich habe ich habe ich auch tippet ja auch immer nein ich tippe mich nie na andersrum nö nö ich habe zum Trollen vorgehen ja aber Trollen darf man ja so aus dem NDR vor der Aufnahme in der Aufnahme wird ich jetzt hier das macht man einen davor aber wisst ihr was er besser so ich bin jetzt mal fies aber ich nicht da nicht gehen das ist so dass ich mich weiß ich werde mich als ein Admin machen was ich jetzt ein Thema Niedus war noch erbten wenn du hast nur kein OP ähm im NETA ist kein Scoreboard, das ist euch klar, oder? Das heißt, dass ihr es nicht mehr zu sehen macht. Warte, warum ist im NETA kein Scoreboard? Da geht mal eben... Warte, ich geh mal mit Dings rein. Weil ich muss mal eben dann... Ich kann nicht mehr rein. Doch, bei mir ist im NETA Scoreboard. Bei mir ne, jetzt schon. Dann Reloog mal. Nein, das liegt nicht daran. Ich bin ja gerade eben ger-re-locked. Das ist, weil du direkt am Sporn bist. Das ist auch noch ein bisschen weiter weg. Der Command-Block hat nicht so eine weiterreise. Das ist ein Command-Block, das sind generell, die nicht eingegeben hat im Chat. Äh, weil ich jetzt hier nicht mehr das Dings kann mir, was mir gerade gerade ausgeschalten worden ist. Ach, stimmt, ich muss nicht mehr da sein, wenn du nicht mehr da rauskriegst. Ja, ja. Das scheiße, wenn du kein OP hast, oder? Ja. Anis die OP, ich wollte OP machen. Okay. Also, hier haben wir richtig viele Creeper. EIN-Moment! Ja, das ist ein Überlebensmodus. Und auf jeden Fall, Kisten, habe ich ja gesagt. Und, fuck, ich glaube, wir sollten mal so langsam die Folge beenden. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Und hier siehst du auf den Warten, wo du dich kostenlos abonnieren kannst. Und das letzte Video. Schau mal rein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.